servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video passend zur jahreszeit halloween jetzt die zombie zombie 2 um genau zu sein von pyrotrade ja was haben wir hier wir haben hier eine kleine batterie preis findet ihr in der video beschreibung hat eine nem von 63 gramm und ansonsten steht hier aber auch überhaupt nichts drauf glaube ich wie viel schuss steighöhe sonstige informationen suche ich hier tatsächlich grad vergebens steht wirklich nichts drauf ok naja dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig als uns zu überraschen lassen dann testen wir jetzt das ding mal auf geht's zombie 2 vom pyrotrade zombie 2 vom pyrotrade ja kurz und knackig aber trotzdem riesen zerlege eigentlich kann man nichts sagen ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten video tschau macht's gut pyrus